Ja, hallo liebe Bienenfreunde, Honigfreunde und Freunde auf der ganzen Welt. Was passiert eigentlich, wenn man etwas verspricht? Wenn du das machst, bekommst du Sicherheit. Wenn du das machst, bekommst du ein besseres Leben. Wenn du das machst, ist deine Zukunft gesichert. Das sind so alles süße Versprechungen. Oder wenn du das machst, bekommst du deine Freiheit zurück. Und diese süßen Versprechungen bewegen die Masse dahin, wo das Versprechen ist. Hier bei den Bienen zum Beispiel ist es so, dass die Bienen, die waren hier unten schön gemütlich gesessen, jetzt eine Honigwabe bekommen und die Bienen gehen zum Honig. Die Frage ist, erkennst du den Honig, der dir gerade in Bezug auf Sicherheit um den Mund geschmiert wird? Ihr könnt ja mal googeln in Bezug auf WHO-Pandemie-Vertrag. Komischerweise findest du das nicht in den Mainstream-Medien. Ganz liebe Grüße in die Runde und achte auf den Honig.